So, moin moin Leute und willkommen zum 68. Let's Play von Leech of Legends. Jetzt mache ich den Garen. Er ist eigentlich so ziemlich easy. Ich werde ihn auf der Toplane spielen. Am Anfang ein bisschen auf AD, dann so mehr aufs Tankige. Auf jeden Fall. Ich habe einen Skin. Der war im Angebot. 160, voll billig. Auf jeden Fall. Seine Passiv. Wenn ihr 7 Sekunden lang keinen Schaden erleidet, kriegt ihr pro Sekunde 0,5% eures Lebens, eurem maximalen Lebens Zurückhalt, ihr Healdurchstand habt. Mit eurer Coup werdet ihr kurzzeitig schneller und eurer nächste Schlag wird den Gegner silenzen und macht gut Schaden. Euer W. Es gibt euch Passiv, Magie und Rüstung. Also Magieresistenz und Rüstung. Und wenn es aktiviert, wird dieser Effekt verstärkt. Ja, ziemlich nice. E. Ihr dreht eure Waffe. Ja, ähm, also ihr... Ja, Wirbelwind, halt so, mäßig. Trifft, macht halt AOE-Schaden. Und 50% werden die Verlangsamungstunts oder sowas... Also sagen wir, ihr werdet jetzt verlangsamt von Irelia. Der hält normalerweise 3 Sekunden. Nur noch 1,5 Sekunden. Das ist ziemlich gut zum Abhauen mit der Kuh. Richtig gut. So, die Ulti ist ein richtig cooler Killstealer. Ja. Desto weniger, ähm... Desto weniger, ähm, Leben der Gegner hat, desto, wie soll ich sagen, desto mehr Schaden macht die Ulti. Das heißt, wenig Leben, Ulti drauf, sofort tot. Ja, viel Spaß beim Video. So, hey Leute und willkommen zum neuen Part von Leech of Legends. Wir sind 5 Mann pre-made, ähm, Michel ist dabei mit Jax. Genau. Umut ist mit Talon dabei. Ähm, Valdi ist mit Twitch dabei. Und er sagt nix. Er hat totale Leechs, also... Wir sammeln jetzt mal Spenden für Valdi, weil er braucht ne neue Internetleitung, weil das geht so gar nicht. Uner Neu-Kreppset. Vor der Win, mit Vladimir, das aber nicht in Skype drin und, ähm, ich, Garen, Solo-Top, weil die will, ein bisschen trollen, äh, Twitch-Jungler spielen ohne zerschmettern, okay, wollen wir mal sehen. Vielleicht in weiteres Moodle, ja, Mundo. Und unser Blue-Red holen. Die haben starkes Ziel, alte Red, ja wird sehr schwer oben. Ich muss hier, das ist dein Problem, ich mein. Äh, ihr siehlt, fast klar. Auf jeden Fall. Ich hab schon mal, hallo. Du stellst dir aber unnichtbar daneben. Ja, dann muss das erstmal zu jangeln. Hast du Moodle, du, es geht sein Silent als erstes, ne? Ja, okay, dann schlägst du die so kaputt, so, dann kann ich nix machen, danach komm ich, danach exhaust ich die, danach ich leid dich die, danach ist mein Exos weg, dann machst du dein Exos und dann ist die Tod. Aber Pater allein? Mhm. Okay. Skauktor und Stinger am Anfang, und es geht gut, sollen wir die in Wäden? Da Mundo kommt so und. Nein, der fängt bei Red an, ne? Wunder fängt bei Red an. Wenn er bloß, wenn ich mich verdämlich. So, und wie gesagt, Umu-Zucht immer noch, äh, also, ich kann, Devil hat in dir, nicht angeschrieben, aber ich kann ihn nicht zurückschreiben, den Serverlex. Oh nein. Die Bank, die Spenden, und gleich nachher in den Link, in das Video. Ich bin nicht nur mal in der Welt. Die Werbzeit wird heißen, pay for arme Kinder, zum Beispiel Waldi. Was, nur die? Nichts. Ja, bin ja auch. Dü, dün, dün, dün. U, t, u. U. Ich bin ja der Höwe in Dallank und dann da. Ja, ja, will ich auch. Einigkei-Signal-Level nicht Zurückscheiden, also... Na, man, du leckst halt zum Maul. Wo bleibst du denn? Du scheiß Lack, geht das nicht. Ich... ich... ich lege ich schlag. Alte ich schlag. Ich... du guck oder was? Ich... du! Ich... du... Ich... du... Ich... du... Ich... du... So... Also ich... Das heißt, ich... Ich... du... Du... aber wurde mein Bluby hier mit ab und zu muss man was machen die Städte ich mach auch was ich dachte ich krieg den H1 aufhalten das Gerechtigkeit verstanden ja halt die Feste Mundo macht sich ein bisschen ja hallo auch ja ich denke er hat das Leben alle kennen die ich will kann sich ein bisschen jetzt der Fläche schon weg wenn ihr seid man nicht so aus dem Bestand Kupfer auf die Klinik so versuchen so gut wie möglich schlafen zu finden aber so schnell bin ich nicht weiter die Europäische und da ist gemacht aber ich mir doch gut da hast du nicht hast du nicht und wieder und Oli Hildmann rein mit der Nürnberg und das ist der Klinik im Scheinweiter und überlegt ein Schwein Arschloch der Landau mehr und der hat auch was zu mir geschrieben aber ich kann nicht antworten sollten das nö schreibst du du bist ein im auf jeden Fall danke der Wetter deswegen grüße ich dich jetzt auch X-Deflex mit dem Nielsen gut lag er fahren Prozent später zu den DEMASTER 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 ja den Scheiß Lane hier unten was hat seine Mona so viel er wird auf jeden Fall schwer ich hab kein Bock gegen die Mann ich hab 2 1 die dabei gehabt der zwei wort gab oder wer die niederlegt und bei den hunden geworden aber normaler kein kling so bis jetzt erst so groß wir können auch unsere weh auf den kärz muss spielen aber macht man nicht das ist der kontakt die monge und da war das Prozent das Bile Fail hat man von Mundo gesehen habe ich ihn ausgetrickst Baldi Gank ja ich habe gerade das Blastgerät die ich mir vorgestellt habe verdammt mir dein Leben gib mir Geld ich bin zur Stelle rüchte euch nicht ich bin zur Stelle DELANTIO 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 nicht Busch zuviel merke ich gerade aber ich habe 55 Armor also ich habe mehr als die meine schönen Tankrunen ah das niederlieft die liegt unten Fallen, die wir es schon mal gesehen haben. Zu eurem Dienst! Ihr Bitch! Ja, Spin to Win! Vom Schutz unseres Landes! Ja! Ja! Okay, die... ... hat komponiert... ...weiner nicht... ...der mich hat es sich... ...darkomundo, wow! ...undesbausch? Ja... ... der Wurst keine Angst... ... kann man bis zum neuen Wort. WT... Mann, Alter! Ich hab jetzt... ...2... ...und nicht gesagt verloren, weil sie den Blumen sind... ...aber... ...und die Mone 3... ... der Arme Nordebund und was totgelegte... ... den neuen Weg getroffen oder... ... der in die Zündung... ... und der Kapenblut... ... ... ... ... nur schon wieder weggegangen der Amundu war fast tot, meinst du dann? der hat sich den Tauer getenkt ein Schuss mehr oder wer tot nicht nur zwei Minuten sind nur noch zwei Heidtränke sind zum Sons draufgegangen am Anfang spiele ich gern ein bisschen tanky und dann äh ne am Anfang spiele ich ein bisschen auf Damage und dann tanky zum schönen U-Hupsgeld der Nerv Bitch, du machst mir keinen Starren. Haben wir mehr AD oder mehr AP? Die? Weil ich nur muss gucken. AD. Ich lastet doch wie diese Kacke. Der hat viel mehr Lastsits. Ich stehe im Mund nun mal unter Atem. Ich hab Ulti, ich könnte so viel abziehen, ne? Dein Ulti ist ein Lastsitter. Und ein Killstealer. Der Beste auch noch eigentlich. Ich hab mal wieder vor, Kartus zu spielen. Ja, Pentakill. Ja, ich hab Videos für Top 5 Dings da gesehen, Alter. Ja. Pentakill, Alter mit dem. Schon cool. Nur die Ultis generell sind vorgehalten. So, 2k Gold. Wir sollten langsam mal weggehen. 2k auch schon. Ich hab das mal einen. Und Schuss unseres Handeln. So als zweites, gehen wir abwechselnd. Skal immer abwechselnd hoch. Wir haben jetzt schon 77 Rüstung. Ich zeige euch, was ich habe. Ah, great für das Problem, der fährt die so gut. Kann ich's machen. Was hat der denn 73? Komm mal hoch, Mann. Zu euren Dienst! Die benutzt immer eure Ultium, Dings aufzuladen, ey. Scheiße, schalalala Lampe. So, Valdi kann's mal ganken, komm, ich lass sie jetzt ein bisschen. Ich glaub, Kennen will erst wieder sterben. Ist sie überhaupt noch wieder da? Valdi? Was los? Ach, du bist so noch da. Du hast dich so abgedreht. Kennen kommt eh voll. Genau deswegen. Mist, ich mein, ihr habt das erst gemacht. Komm sofort wieder. Ich höre den Angriff an. Und nochmal. Pass auf, der töte dich noch. Oh, ich muss mal weggehen. Ah, ich will noch nicht. Mann, die hat viel mehr Farms wie ich. Bin bereit. Alle Neues gehen sie doch gut aus. Muss man sagen. Ja, der sieht ganz gut okay aus. Mundus hat Mitte. Was geht ab? Keine Wur, oder? Lüchtet euch nicht. Ich bin zur Stelle. Beide Bots sind mit. Schon seit einer Minute. Okay. Scheiße, Fieber. Scheiße, Fieber. Das. Ja, ich kann Deutsch schreiben. Nicht mehr irgendwie. Haha. Was. Ja, ich werde jetzt Crazy tout- astronomical. Wow, guck mal. Das ja so lustig gebe. Joachim Chang, weltweit. Ich werde dir sein, dass irgendwann schon unsere Kindern managerll audition ist. Das stimmt. und hat dort halten sei halt nein ich glaube die die post ist auf kamen und er ist nicht mehr die war ganz kurz auf kamen wir haben jetzt zwei jahre vorhanden neben der buchselle kathol als erkenntnis scheiße zugäng ist ja schon klar ja die schreiben zwei afk nun gleich los Ja, Quaife und Nidalee. Lol. Ja, dann werde ich ja oben lang keinen Besuch bekommen von Mundo oder so. Mundo ist eine Mutter. Ah, der muss ja da jetzt halten. Denn Ken ja nicht da ist. Ken ist doch da, Texas. Ja, ich kriege ihn nur nicht. Nidalee und Quaife. Das ist ja so. Halt, muss er mit den Karren. Dann muss drei gegen Bündel. Ja, das schon blöd. Nee, ich bin auch so. Ich bin mit. Ja, ein bisschen. Aber ich bin nur lieb und kälte Teilen. 2 und 1. Okay, wir räumen, gibt einen Jungle auf. Man kommt doch, du Frotz greift, Mann. Komm jetzt hier ganken, okay? Komm schnell. Hm. Vom Schutz unseres Landes. Oh. Wo liegt der? Der ist schon 100 AP. Okay. Die kommt. Die kommt. Ja, kommt noch mit weiter drauf. Wenn ich das kenne. Was machst du denn? Nichts kann nicht. Mit der Fall. Oh, Mann. Ah, man gewöhnt. Das habe ich alles unnötig gejusten. Das habe ich mich immer wieder beheben. Ich habe ein Ulti. Wenn wir die ein bisschen anschwächen, dann geht das. Ich habe ein Ulti. Ah, ja. Ein Tower. Nice So, Ulti, Batz Tschüss Ach komm, bleiben wir noch hier mit 3700 Gold Brauchst du da irgendeinen Bluber? Aber du hast da einen, dann nehme ich den anderen Ah, Umut, pushen, pushen Ach ja, Umut sucht einen Fanboy, ne? Wenn ihr bereit seid Schreibt einfach in die Kommentare Umut OP Und das in jedem Video sucht einen Fanboy Er ist auch verdammt gut Hier sieht man 1-0 Perfekt Es sollte am besten Bis 14 Jahre sein Kann Mädchen oder Junge sein Sollte noch nicht im Stimmbuch sein Und ja Das war's eigentlich Der Waldi hat eh schon genug Was in La, was So, jetzt hab ich aber Verdammt viel Kohle, Alter So, jetzt kaufen wir uns erstmal Brutalisiere Kaufen wir uns Dann kaufen wir uns ein bisschen Leben Boah, so viele Minions sind die halt Direkt die 3 ab und uns kaufen Ja, ich bin da Und dann will ich auch geistig hin So, jetzt sind wir erstmal was schneller Dann geh ich auch direkt mal hier irgendwo gänken Zimmel, Laufsundbiet von 507 Nieder, äh, Irelia, komm ich hingegen Kennen Ja, ich komm auch noch Ich komm auch noch Ich komm auch noch Ich fand nicht Ich bin am Marsch Ah, ich bin Wo sind die, wo sind die, wo sind die Hinter mir Ja, voll geklaut Ja, voll geklaut Schön, Leute Schön, schön Ja 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 Ja, du lagst, Mann Ich hört keiner Laber lieber nicht Das hört sich scheiße im Video an Laber lieber nicht, Mann Push, Mann, ich muss mir gerade auch ja Was gelabert Ja, rede nicht, Alter, du hörst VALDI hat das Spiel verlassen, da sieht man mal Wie du lagst, Bitch Legg überhaupt nicht Nein Nur nicht Spendenaktion ist immer noch offen Für VALDI Für eine neue Internetleitung Ich bin bereit! Ich bin dann erst dann... ... wenn du auch gefangen hast. 3.01... ... guter... ...nach nicht so gut erfahren, aber... Komm schon! Ulti angesetzt und tschüss! Ich hatte Angst, dass er mich noch stunnt. Oh, ist das... So, wir skillen immer unsere W und E abwechselnd, weil wir ja noch viel Magie, Resistenz und Rüstung wollen. Wir haben schon fast 100 bei beidem. Oh, ich hab gar nichts Glück bekommen. 4.02, perfekt. Läuft ja schon mal gut, aber... Es sind immer noch 2 von... Ne, nur noch nie... Hä? Es sind doch eigentlich alle da von denen. Hä? Erkämpft die Ehrlosigkeit! Wow, das macht mir jetzt so viel Schaden... ... mit deinem Level 7, ja. Na ja... So, wir könnten uns Geisterklinge holen. Tun wir mal um Platz 1. Und ich geh jetzt erstmal oben weiterfarmen. Ey, bin ich tot? Nein! Ich hab' Bestandbild. Ja, du wirst wahrscheinlich gestern. Und? Irelia kommt, sieht dich und du bist tot. Ich bin bereit! Ich hab' Bestandbild. Ich hab' Bestandbild. So, nur mal ein paar Minions gefarmt. Schon wieder 2000 Gold. Ich muss Mitte. Wow, oh mein Scheiße. Ich zünde mein Dings. Mein Q auch noch. Und... Ulti! Was? Der ist nicht tot? Das kann nicht sein. Komm schon. Und zack, man! Bitch! Man sieht halt, wie schnell ich bin mit 3er Boots. Man kann sich auch Mercos Schuhe kaufen. Aber wenn man das Game eigentlich so dominiert... 3er Boots sind besser, kommt man schön den Leuten hinterher. Immer weiter! Oh, Irelia. Was los? Braucht's Maulen? Oh, wollt's mich stunnen? Putzig. Lol, ich bin höher als mit... Level 14 bin ich ja. Ja, ich bin der Höchste hier. Zum Schutz unseres Landes! Zum Schutz unseres Landes! Damacia! Bin bereit! Und geht top! Hier sieht man ein Q 507 Laufspeed. Das wird nachher noch mehr, weil wir uns noch was kaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns das kaufen, weil wir könnten jetzt eigentlich so gut aggressiv gehen. Weil wir so gefeedet sind. Aber ich weiß noch nicht. Kommt ja immer auf das Spiel an. Wie man sich... Ah, ich denk die geben eh jetzt auf, oder? So, ich schreib jetzt mal, ich provoziere die ein bisschen, dass die aufgeben. Ähm... Kaufen wir uns jetzt Sonnenfeuerumhang. Ja, das war's jetzt erstmal. Als nächstes wollen wir uns eigentlich... Ah, Naturgewalt holen, aber... Das lohnt sich jetzt eigentlich so nicht. Holen wir uns was anderes. Irgendwas heftiges. Holen wir uns so einen... So einen Blutdörster oder so. Oh, den Graves den mach ich locker fertig. Wieder schnell mal hinrennen. Mit meiner Geisterklinge. Ich vergesse die manchmal zu aktivieren. Also, wenn ihr es sieht, sorry Leute. Ich vergesse das. Will der echt den Top Tower kaputt machen, dann bist du tot. Hey! Boah! So ein Arsch. Er hat so gefistet den Pisser. So. Jetzt die W wieder dran. Wir sind schon hier. 148 Rüstung. Ja, das ist jetzt wegen Sonnenfeuerumhang. Wir sehen eine stinkende Ratte, die uns die Minions klaut. Hm. Du hast den Brutalisierer geholt. Keine Angst vorgeschlagen. Hehehe. So ein Arsch. Oh, Mann. Kauf dir nicht so'n Scheißhalter. Hm. Hm. Ich weiß nicht schon, okay. Wow. Wir sind weg. Wir sind weg. Mit den drei Abus natürlich. Keiner kriegt uns. Geh mal gucken, ob die hier drin sind. Hm. 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 Pass auf, ob dein unsichtbar noch lang genug hält. Ja ja. Hm. Im Namen des Königs. Da hinten sind ein paar. Boah, komm, den holen wir uns, Alter. Ich hab meinen Exhaust. Und drauf. Und tschüss. Geist hätte ich jetzt nicht aktivieren müssen. Und Geisterklinge hab ich auch nicht aktiviert. Geisterklinge. 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 Wut. Deinem. Wir haben uns nicht. WeChat. Das ist ja egal. Der deinen ihr geist. Geisterklinge. Kein alles. Und die du siehst. ich bin die auf den Wien von Beuten nun ist so was aus der Sturz und mann aus der Strecke und du bist noch dabei ja du bist dabei die kleinen Bieter so und ich hab dich gesagt gerecht das nie mehr du hast schon eins hast du Mundo? ja der ist da weggeportet nö aber wir haben die anderen zwei getötet, hallo? Mundo steht auf meiner nächsten Liste Herr Omu, ich habe ihn schon aufgeschrieben, das steht auf meiner Liste, keine Sorge Loll, mein Sonnenfeuerumhang lässt den Tauern mich schon auf Mundo hier was? ich hatte mehr Life als die? oh so Leute, 6-0-4, wir sehen hier unsere Items, auf jeden Fall ihr kauft euch noch ähm, oh, kann ich das jetzt noch aufrufen? ja unten seht ihr es kauft euch am besten noch Warmax und Atmos und dann so Naturgewalt oder Dornpanzer halt oder so und dann Blutdörster, wenn das Game halt so gut läuft wie jetzt ich habe mir jetzt einen Blutdörster geholt, dann eine Warmax und ja dann war es das eigentlich so vom Equip her ihr könnt nachher noch die Geisterklinge verkaufen und euch was besseres kaufen ja das war es von Garen sehr kurzes Video, tut mir leid dafür, aber toll, wir können halt nichts dafür, wenn die Gegner aufgeben und ähm bis zum nächsten Video, haut rein ciao mhm mhm mhm